Herzlich willkommen an der Universität Wien. Die Universität Wien ist die älteste, größte und vor allem fachlich am breitesten aufgestellte Universität in Österreich und auch weit darüber hinaus. Sie werden in Hörsälen wie in diesen an interessanten Diskussionen teilnehmen, Interessantes erfahren, mit spannenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen diskutieren können. Das Studium wird in manchen Phasen auch sehr herausfordernd sein. Das gehört zu einem Universitätsstudium dazu. Vergessen Sie trotzdem nicht, und da bin ich mir ohnehin sicher, dass das nicht so sein wird, auch das Studierendenleben, das natürlich zu den schönsten Phasen des Lebens gehört. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Studium und dann vor allem einen erfolgreichen Studienabschluss. Mit dem Studienbeginn fängt eine neue spannende Lebensphase an. Neue Inhalte, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die für ihr Fach brennen, neue Kollegen und Kolleginnen, mit denen Sie vielleicht auch Freundschaften schließen. Nehmen Sie Ihr Studium von Anfang an aktiv in die eigenen Hände und betreiben Sie es aktiv. Ein erfolgreicher Studieneinstieg ist die beste Voraussetzung, um auch erfolgreich abschließen zu können. Wir unterstützen Sie seitens der Universität Wien mit diversen Unterstützungsprogrammen, wie zum Beispiel Mentoring. Informieren Sie sich dazu bei Ihrer Studienprogrammleitung. Wir wünschen Ihnen seitens der Universität Wien alles Gute und viel Erfolg im Studium. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020